Schmetterlinge Schmetterlinge kleben ihre Eier an ein Blatt. Wenn die Raupe breit ist, schlüpft sie aus dem Ei. Dann hat sie nur eine Aufgabe. Fressen, fressen, fressen. Bis sie sich verpuppt. Wenn die Raupe verpuppt ist, sieht man von außen nichts. Aber es finden große Veränderungen statt. Nach einigen Wochen platzt die Haut der Puppe auf und heraus schlüpft ein wunderschöner Schmetterling.